So, jetzt wird das dicke Ding auf den Abschlepper gezogen, wenn der Abschlepper das mitmacht. Ich sag's euch, immer wieder ein Vergnügen. Unglaublich, kann man sich nicht auf der Autobahn umbestimmen. Ich bin gespannt, ob sie den Dicken da hochgezogen sind. Vielleicht können sie auch den Hänger nach Ungarn fahren und wollen auch kein extra Rad machen. Vielleicht können sie auch den Hänger nach Ungarn fahren und wollen auch kein extra Rad machen. Ich denke mal eher nicht. So, Ende der Durchlage.